hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ls22 auf der galgenberg so wir starten so halten wir ein senken wir ab sollte es ja eigentlich so passen ich verschiebe die noch mal ein Stück in der hoffnung dass ich nicht noch mal so blöde pappet so lassen wir jetzt so lassen wir jetzt so lassen wir noch einstehen noch mal nacharbeiten aber was so groß und ganz ein hammer alles so 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 auf dem mikrofon ausschlag vom obs mal vier folgen aufgenommen habe ohne mal gequatsch so es ist aber halt so tut es mir leid ich kann es nicht ändern so 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 Ich will noch mal ein bisschen zusammenlesen. Ah, das ist das Geige, das habe ich hier. So, jetzt so gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR noch zu tun So, war es fast geschafft, am Glück habe ich schon noch, mit viel Glück bekommen wir es komplett hin, ansonsten mache ich den Rest dann hofft, dass wir dann nächste Folge das Ding wegfahren können. Und dann nur noch Ballen sammeln müssen. Die Verkaufelung Untertitelung des ZDF, 2020 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 In Heimat. Ooooooh. Oh, die Leiter. Da sind wir auch schon wieder am Folgenende angekommen. Wir haben auch alles geschafft, was wir schaffen wollten. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ganz ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jasu.